Opa, schau mal! Schau, wir haben unser Abitur! Oh, großartig! Meine Güte, ich zu meiner Zeit, ich musste vielleicht hart für mein Abitur kämpfen. Ey, schwöre, ich krieg viel weniger Para von meinen Untertanen, ey! Ja, schwöre! Ey, ich hab immer so viel gekriegt, und jetzt auf einmal, ne? Ich glaub, die sind so voll klug und so, so mega hoher IQ, ey! Die reden dauernd von dieser Abitur! Was ist dieses Abitur? Keine Ahnung, was dieses Abitur ist! Schwöre! Ey, schwöre, Alfredo! Bring mir dieses Abitur! Schwöre, na? Was ist das? Alfredo! Versteck diesen Abitur! Die sollen diesen Abitur nicht bekommen, okay? Wo ist eigentlich der Bunsen schon wieder? Keine Ahnung, die kämmt sich bestimmt wieder ihre Haare. Hilfe! Rettet mich denn jemand! Rapunzel! Oh mein Gott, Rapunzel, was ist passiert? Man hat mich entführt, und das Abi wurde geklaut! Lass mir deinen Haar runter, ich komm hoch und rette dich! Es wurde mir abgeschnitten! Such mich im Palast! Ich hole meine Zwerge! Ich bin die Julia und Zelda, können wir sie retten! Ich geh noch zu meiner Oma, ich komm dann, okay? Bis gleich, tschüss! Ich brauche eine vergiftete Spinde in der Abend mit einem Röschen! Ein Schlafzaugel an der Luft! Gerne mal, Meister David! Ladenschwanzpulver! Schlagengift! Und Hühnerfüße! ! Und Froschchenkel! Oh ja! Sie wird schlafen. Wie ein Stein! Hi rice sorgost! Jetzt gibt es Opern刷. Die Chemietechnik bricht ihr das Ding! Am Röschchen wird schlafen, dafür wird sie die Elektrotechnik bestrafen. Auch die Gartentechniker sind bereit, mit ihrer benäherten Gewissenheit. Und die Maschinenbauer mit ihrer ganzen Geschamik, hoffentlich kriegen sie alle die Hand. Das Gift der Stripte Kokosmoatus, sie wird nie wieder erwachen und ich werde drüber lachen. Haha, Friolin! Ja, Meisterbrill. Bring den Apfel zu Schnimmittchen und hol die Nadel von meinen Untertanen. Gerne doch. Au, au. Oh, böser Wolf, erwache und schnapp dir Rotkäppchen. Was führt denn so ein hübsches Mädchen allein in so einen verlassenen Wald? Ich muss zu meiner Oma, sie ist krank. Oh, wie schade, aber um hier vorbeizukommen, brauchst du Geld. Ne Menge Geld. Ansonsten fress ich dich auf, denn ich bin so hungrig. Meine Sparkassen-Card, Gott sei Dank, damit kannst du in ganz vielen Sparkassenfilialen Geld abheben. Sogar ganz in deiner Nähe. Wirklich? In allen Sparkassenfilialen? Ja, in allen. Na dann, wenn das so ist, dann passiert. Danke. Meine Königin hat sich eine Mädchen umgebracht. Sie hat uns an dem Rapunzel entführt und auf Abi geklaut. Komm mit! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Kannst du mein sein? Ja. Bereit? Bereit. Schwachen? Du bist nicht tot, ey, du Nervensegel, ey. Nein, bin ich nicht. Aber du hast die Mädchen umgebracht. Und außerdem hast du das Abi geklaut. Gib es uns wieder. Ja, okay, ey, mach mal hier nicht so eine Welle, reg dich mal ab, ey. Du hast ja dein dumm Abi, ey. Und gib uns Rapunzel wieder. Ja, okay, die ist eh voll langweilig, ey. Da habt ihr die wieder. Hochzeige, nicht kümmern uns um die Königin. Ja, jetzt bin ich schwacher. Und du? Ja, ja, ja. Da, das ist ja.